Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu meinem Video-Fly. Ich habe dafür auch richtig ihr Abzug geschafft. Heute, es ist ziemlich schön draußen, es ist halt neu oder so. Ich weiß noch nicht genau, wo es heute abgeht. Vielleicht gehe ich jetzt dann Skifahren, aber vielleicht auch nicht. Dann chill ich hier nur da und dann gehe ich aber... Dann fangen wir nochmal nach Karls später und dann treffe ich da auch einen Michi. So, Frühstück ist ganz am Start. Und jetzt werde ich da einen Block schneiden von gestern, um das Belabern, wie uns das auch bald kommen wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann weiß, ob wir Skifahren gehen oder nicht. So, ähm, ja, ich habe jetzt fertig verstanden, das Video da auch schon einen Teil jetzt da geschnitten. Aber ja, wir gehen jetzt Skifahren. Ich werde die große Cam eher nicht mitnehmen und nur ein bisschen mit der GoPro filmen. Er kann jetzt nicht so gut filmen, aber dann bei den Abflüssen tue ich sie sowieso auf dem Helm. Und ja, ich würde sagen, let's go! So, wir sind jetzt gerade heimkommen in meine Frisur. Ich weiß, es schaut ein bisschen vom Helm ein bisschen zerdrückt aus. Aber ja, ähm, es war auf jeden Fall witzig. So, wie gesagt, also ich habe so einiges gefilmt eigentlich. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach einmal geile Aufnahmen von der GoPro jetzt. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.